Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich bin sehr zufrieden mit den Medium Tanks und dahinter dann diese Artillerie, weil die Tank Destroyer weiß ich nicht. Sehe ich jetzt nicht so Tanks am Destroyen. Die machen gut Damage, ja, aber schwierig. Schwierig, schwierig. Unsere Forsten müssen, um auf dem Planeten aufzunehmen. Wir werden das Zahn-Konsortium nicht verlieren. So, danach könnten wir theoretisch den einen Rebellenplaneten da rechts noch erobern, neben Sallust. Ob ich den jetzt erobern oder nicht, ist jetzt eigentlich auch egal. Es ist schade nicht, den zu erobern. So ist das eigentlich eher gemeint von mir. So. 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 So, see, guck mal, okay. gut flankenangriff hingerichtet erkannt gefahr gebannt sehr schön aber leider nichts hauptsache pushen meine hauptsache pushen dann da rein und da war ein bisschen feuer unterminter links geflankt machen fliege Ihr Signal ist Garbled. Wir gehen gleich. Ja, Sir. Entstanden. Gib uns ein Target. Gib uns die Koordinaten wieder. Erwähter Ordnung. Copy. Keep going. Wir gehen mit Caution. Copy. Reporting. Bombardement available. Ja, Sir. Trupp Transport bereit. Genau. Sammelt euch da ruhig. Gute Idee. Würde ich so auch machen. Warte noch kurz einen Moment. Ich glaube es hat kaum was gemacht. Hat es sah cool aus. Reingesicht. Geht mir jetzt erst gar nicht. Warte bitte vorwärts rein. Das ist bitte gefixt beim nächsten. Mit der Version 5.0. Die glaube ich dieses Jahr noch kommen wird. Also ich weiß es nicht. Hab ich gestärkt davon aus. Deswegen versuche ich grad so ein bisschen rein zu hauen. Weil ich nicht möchte, dass die sagen. Ah, leider nicht komputibel mit 4.0. Und dann ist das Sifkeller im Arsch. Da hab ich den Kackermot drauf. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. ready for orders. I might have some room left. At the ready. I have the target in sight. Bomming run nochmal da rein hauen. die haben wir jetzt auch dann vom dantorm das freut mich die schüsse da reflektiert ist der geil bei rum schnitt schneller den darf ich nicht verlieren weil den krieg nicht damit haben wir bestiene auch erobert so zack 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 und bei der taster ja einfach rein oder der armee sollte müsste ich glaube die werden von da auch nicht pushen von da kann ich das einfach so lassen aktuell minus 5000 jaja so jäger 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 da müssten irgendwo noch mehr jäger sein hier noch mehr jäger construction so halbwegs sortiert ist na guck mal steck 5 läuft bobber ist da mhm uiuiui was haben wir denn hier oben nix krasse aus als es ist ja wie gehen wir jetzt weiter vor das ist jetzt die große frage je mehr ich nach hier oben vorstoße desto mehr möglichkeiten gibt es dass sie von anderen seite kommen also ich glaube der weg wäre lonar und corelia erobern und dann müsste schwierig die armee die beiden punkte halt verteidigen wer sind das denn 400 also müsste ich noch eine armee aufmachen ich brauche eine die hier ist eine die da 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 ist ist das ja ein guter Panzer ja hm oder ich befestige die beiden halt so gut wie es geht das kann ich halt auch machen die frage ob ich wirklich jetzt erst in die kernwelten möchte aber eigentlich halt schon das ist halt der kürzeste weg ja dann muss man halt hier korbisant verteidigen brental ja kommen wir kommen wir nur katomodia lonar das ist ganz schön viel was man da alles verteidigen muss und halt überall einfach einen lootable hink hinstellen ne hier so ein ding aber dann halt den hier mit den geilen jägern also wir überall einen lootable hink hinstellen aber eigentlich ganz schön viele von denen ne was kosten die denn im monat 22.000 weiß ich ja nicht ach ne es kostet 3.600 das ist trotzdem ganz schön teuer hm schwierig rechts ist ja genau dasselbe ich würde sagen wir gehen erstmal in die kernwelten oh hier bei rakata prime gibt es die starforge ähm die baut schiffe super schnell also wirklich schnell aber die kaputt zu machen das dauert ja aber das wird cool wenn wir da oben sind es lohnt sich die kaputt zu machen aber es dauert bis jetzt eine halbe stunde wenn nicht sogar länger hm so war es mit der rebellion gemacht ich hatte aber immer noch zu wenig schiffe also da kannst du schon eine ganze flotte rein reingieten lasst da hochgehen ähm dann greifen wir jetzt den ballastar an dann lasst mich einen von den uglies hier das sollten wir eigentlich mit der flotte machen ne ja legoo und dann greifen wir mal mit unserer separatistenflotte an da muss ich mir irgendwas überlegen was ich da hinsetze ich meine ich kann ja ein bisschen was ich muss mir überlegen was für schiffe also ich glaube immer ein schlachtschiff wobei wenn er mit einer großen flotte kommt dann bringt das halt auch nichts ne die zahl wobei es ist ein bloß rüber hark ist schon echt eine gute idee aber es ist halt leider echt teuer ist das hier so dunkel als ob ihr ein orbit geschützt habt wollt ihr mich komplett verarschen ähm ja vorbereiten für hyperspace jump We're going now. Got it. Reinforcements on route. Hm, nee, der nicht. Ja. In transit to target. Right, we're moving now. Reinforcements on route. Reinforcements on route. Mit der Flotte versuche ich's mal. Systems functioning. Channels open. We're online and receiving. Ja, guter Support, Chef. Lieg's bitte nicht vor. Also wir werden die frontal angreifen. Aber der Fokus wird auf dieses darauf liegen, dieses Raumgeschütz zu verstören. Das kenne ich gar nicht ab. Sollten wir aber wohl hinkriegen. Let's blow something up. Das kenne ich jetzt mal ganz stark aus. Ich hab's ja noch nicht geschossen. Na, vielleicht hab ich aber auch noch nicht gesehen. Jetzt. Stopp. Ist das Geschütz? Okay. Boah, ist das ne Riesenstation? Ähm. Ja, die Schilder müssen weg. Ja, die Schilder müssen weg. Wo sind die denn? Aufs Tech 3 haben die ja keine Schildgeneratoren mehr. Schitte. Ein Bomber, wollt ihr mich komplett verarschen? Das bist du? Oh, ist der Text, dass er nicht dran steht. Auch nicht schlecht. Ähm. Ja, wie machen wir das denn jetzt am cleversten? Also, du schnappst dir den hier. Ja, Commander. Du fahrst die Ion-Kanone. Sie können sie erst mal da auch fahrradieren. Ja, genau. Ja. So, ähm. Weg. Weg. So. So. Jägerkampf. Wenn ich mehr haben, sollte ich ihn gewinnen? Guck mal, ob ich alle Jäger verwenden kann, ohne die Uglis zu benutzen. Machen wir nicht die Uglis über. Also noch mehr Jäger. Lade. Schoko. Lade. Passt schon. Ah, die fliegen wir sogar entgegen. Ähm. Er muss ganz dringend los. Ja. Batteries online. Ja. Ja. Die Jäger, die haben. Guck mal, hier bitte rüber. Attack. Zack. So. Das Q-San kommt runter, um den ein bisschen zu beschützen. Er hat beigedreht jetzt. Das finde ich auch schon mal gut. So, das erste Schiff ist tot. Und die Raketen-Dinger anmachen. Den runterfokussen, den rein schicken. Viel zu viele feindliche Jäger, ich brauch sowas. So, jetzt der hier, Attackel-Render. Die B-Wings bitte unbedingt rausnehmen. Eine Schnicker-Raketensäule. Der ist tot. Das macht aber nichts. Das machen wir jetzt ein paar von denen. So, schützt den. Und mal den weg. Okay, nice, auf Fies hier. Auf den? Hm, nicht gut. Ähm. Dann bleibt mir nichts anderes, als die Station anzugreifen. Die Ion-Kanons sind unser primärer Target. Form auf. Open fire on those laser-Kanons. Jo. Äh. Der Hanger muss weg. Oh, der Elite-B-Wings hier. Ja. Äh, ich muss wissen. Und wo die Abschuss-Station ist. Mein Gott. Du bist auch auf dem Weg? Oder bist du schon eingeschlafen? Slava. іїist beat ouwwww oder ihr SC protect elektronische Ist halt Äarsch-Langsam, ne? Das ist Schrecklich. ja habe ihn gefunden hier zurückziehen mit dem konkursen bis jetzt bitte an ja das war der europäische platz so die belagern jetzt ist es gut ehrlich gesagt ganz geil das ist echt ein cooles bild die dricks damit abweißen jetzt hier Oh dauert das echt ein bisschen lange so dann nehmen wir jetzt die dicken geschütze das ist niemand so wie man richtig damit man muss ja jetzt ein maßtreiber haben wir auch noch hier kann ich auch mal mit raus immer so auf so nah musst du ranfliegen mit arschen schon sagen die station ist der lieber erst mal auf die engels überraum springen kann der und schön hier bleibt 100 metern heran und ich ja nicht eine rakete rausfliegen ach doch da nix gesagt soo die macht nicht gut damage kann ja mal ganz ehrlich sagen sehr schön noch eben hier rum abblieben dann haben wir das auch raketen noch mal ausschleusen ich denke nicht gut damit haben wir mal das ich hatte aber einiges verloren hauptsächlich wegschutz die jäger sind echt schnell ein bisschen aufrüsten dann mal kurz ein bisschen nach produzieren dann bedanke ich mich vielmals zuschauen und sage bis zum nächsten mal so